Nachdenkseiten. Die kritische Website. Sogenannter Bürgerrat fordert, Desinformation soll strafbar werden. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Ein von Bertelsmann in Kooperation mit Innenministerium, Stiftungen und weiteren Partnern realisierter sogenannter Bürgerrat macht sehr fragwürdige Vorschläge zum Kampf gegen Desinformation. Das wirft Fragen auf. Zu den konkreten Vorschlägen und zum Prinzip Bürgerrat. Ein sogenannter Bürgerrat für Maßnahmen gegen Desinformation hat die Prüfung einer strafrechtlichen Verfolgung und oder Sanktionierung der Verbreitung von Desinformation empfohlen. Außerdem solle ein freiwilliges Gütesiegel für sogenannten qualitativen Journalismus eingeführt werden, wie Medienberichten. Eine in Anführungszeichen unabhängige Stelle solle für das Siegel Kriterien entwickeln und es an Verlage und Medienhäuser vergeben. Heißt es im Bürgergutachten zum Umgang mit Desinformation, das am Donnerstag Bundesinnenministerin Nancy Faeser übergeben wurde, wie Bertelsmann in einer Mitteilung erklärte. Weitere Vorschläge des Rates sind unter anderem eine Prüfung von Beiträgen durch Künstliche Intelligenz, KI, bevor diese veröffentlicht werden. Verpflichtende Lektionen zur Medienkompetenz bei Elternabenden. Ein beispielsweise von Korrektiv erstelltes Desinformationsranking und vieles andere. Das Projekt wurde von der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit dem Bundesinnenministerium, der Stiftung Merkatur und anderen Akteuren umgesetzt. Die vom sogenannten Bürgerrat entwickelten Ideen sind nicht bindend, sondern dienen als Empfehlung für künftige Gesetzgebung. Die Ergebnisse im Wortlaut finden Sie im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Die Zustimmungsraten unter den beim sogenannten Bürgerrat beteiligten Bürgern sind zum Teil erstaunlich. 96 Prozent sprachen sich etwa für die fragwürdige Maßnahme mit dem Siegel aus. Überraschend, denn Innenministerin Nancy Faeser von der SPD äußerte sich zunächst skeptisch zu dem Vorschlag. Die Pressefreiheit sei ein hohes Gut der Verfassung, da würde ich mich als Staat nie einmischen, sagte Faeser. Sie sehe die Einführung eines Gütesiegels kritisch. Die Worte zum hohen Wert der Pressefreiheit, ausgerechnet von Seiten Faesers, sind natürlich eine Provokation. Es ist auch nicht ausgemacht, ob Faeser diese Position gegen das sogenannte Gütesiegel ernst meint. Oder ob sie die aktuelle Situation nur nutzt, um sich nach ihrem Vorpreschen um das Verbot des Magazins kompakt zur Abwechslung als Hüterin der Meinungsfreiheit zu inszenieren. Jedenfalls hat die Bundesregierung den sogenannten Bürgerrat im Vorfeld beworben, etwa bei Facebook. Dort heißt es, die wichtigen Empfehlungen würden in die Strategie der Bundesregierung im Umgang mit Desinformation einfließen. Möglichkeiten zur Einschränkung von Desinformation Anfang des Jahres sei das Projekt Forum gegen Fakes mit einer Online-Befragung gestartet zu Medien. Mehr als 420.000 Menschen hätten Vorschläge, Kommentare und Einschätzungen zum Umgang mit Desinformation beigesteuert. Der anschließende Bürgerrat bestand dann aus etwa 120 Teilnehmern, die in Berlin über neun Tage Möglichkeiten zur Einschränkung von Desinformation ausgearbeitet hätten. Das Projekt mündete in 15 Empfehlungen. Mehr Infos zum Vorgang selber finden Sie im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt, wo es heißt, dass deutschlandweit Menschen nach dem Zufallsprinzip kontaktiert worden seien und dass der Bürgerrat die Vielfalt der Bevölkerung in Deutschland abbilden würde. Eines der Gruppenprobleme ist, Wer darf warum und nach welchen Kriterien einen Beitrag als Desinformation klassifizieren und dann entsprechend behandeln? Es finden sich bei dem Papier des sogenannten Bürgerrates auch einige wohlklingelnde Floskeln, die bei ehrlicher Umsetzung möglicherweise Gutes bewirken könnten. Warum der ganze Vorgang trotzdem sehr fragwürdig ist, wird später geschildert. Dazu gehören unter anderem folgende Forderungen. 1. Prüfung einer strafrechtlichen Verfolgung und oder Sanktionierung der Verbreitung von Desinformation. Dieser Punkt erhielt 91% Zustimmung der Bürgerräte. Zitat Ziel Die Verhinderung der Erstellung und Verbreitung von Desinformation durch Strafverfolgung und oder Sanktionierung. Maßnahmen und Adressaten Die Bundesregierung möge prüfen, ob auf Grundlage der Definition von Desinformation eine strafrechtliche Verfolgung oder anderweitige Sanktionierung möglich ist. Desinformation wird definiert als gezielte Falschinformation, die verbreitet wird, um Menschen zu manipulieren. Ziel ist es, öffentliche Debatten zu beeinflussen, die Gesellschaft zu spalten, sowie den Zusammenhalt und die Demokratie zu schwächen. Dabei ist besonders der Schutzbereich der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes zu beachten. Internationale, europäische und nationale Belange sind in die Prüfung mit einzubeziehen. Adressat der Empfehlung ist die Bundesregierung. Zitat Ende 2. Desinformationsranking zu Aussagen von politischen Akteurinnen und Akteuren Dieser Punkt erhielt 87% Zustimmung des Bürgerrates. Zitat Ziel Ziel ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Wahrheitsgehalt politischer Aussagen, sowie die Stärkung der intrinsischen Motivation politischer Akteurinnen und Akteure, auf Desinformation zu verzichten. Maßnahmen und Adressaten Wir empfehlen, ein Desinformationsranking von Aussagen politischer Akteurinnen und Akteure während des Zeitraumes des Wahlkampfes einzuführen. Das Ranking soll von einem gemeinwohlorientierten, unabhängigen Medienhaus bzw. Kollektiv, beispielsweise Korrektiv, aus kontinuierlich gesammelten Daten erstellt werden. Dieses Ranking wird rechtzeitig, also zwei Wochen vor den stattfindenden Wahlen, medienübergreifend veröffentlicht. Im Ranking sollen öffentliche politische Aussagen ausgewertet werden. Diese Öffentlichkeit umfasst insbesondere Äußerungen in den Parlamenten, Print- und Sozialmedien, sowie TV und Radio. Das Ranking sollte von Stiftungen, Unternehmen, Organisationen, beispielsweise Initiative Transparente Zivilgesellschaft und durch private Spenden finanziert werden. Zitat Ende Drittens Bewusstes Posten Zur Vermeidung der Verbreitung von Desinformation Dieser Punkt erhielt 77% Zustimmung des Bürgerrates. Zitat Ziel Ziel ist es, aktives Handlungsbewusstsein beim Posten zu stärken, sowie die Minimierung der Entstehung und Verbreitung von Desinformation. Maßnahmen und Adressaten Vor dem Posten soll es eine angemessene Bedenkzeit von zwei bis fünf Minuten für alle Inhalte auf Social-Media-Plattformen geben. Innerhalb dieser Bedenkzeit überprüft eine KI den Inhalt auf mögliche Desinformation, beispielsweise im Hinblick auf Schlagwörter, welche auf sensible Themen wie beispielsweise Wahlbeeinflussung, Migration hinweisen. Der Katalog an problematischen Schlagwörtern ist stetig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Plattformen zu aktualisieren. Wenn der Inhalt unbedenklich ist, wird er nach der Bedenkzeit veröffentlicht. Besteht ein Verdacht auf Desinformation, soll ein Warnhinweis erscheinen, welcher darauf aufmerksam macht, dass der Inhalt nicht unbedenklich ist. Entscheidet sich die Verfasserin bzw. der Verfasser trotzdem zu posten, wird der Inhalt zurückgehalten und sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Plattform final geprüft. Bei einer Einstufung des Beitrages als Desinformation wird der Post nicht veröffentlicht. Um die Objektivität der regelmäßig geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten, sind Qualitätsstandards bei der Überprüfung einzuhalten, wie es beispielsweise bei YouTube bereits erfolgreich umgesetzt wird. Alle Social-Media-Plattformen müssen gesetzlich dazu verpflichtet werden, eine Bedenkzeit mit den genannten Schritten einzuführen. Die konkrete Einführung und Umsetzung der Schritte obliegt den Unternehmen z.B. durch die Aktualisierung der Nutzungsbedingungen. Die gesamte Empfehlung ist auf deutscher und EU-Ebene zu erlassen. Zitat Ende. Auch Kritik wird oft als Desinformation dargestellt. Die Ergebnisse des Bürgerrates zeigen auch die Wirkung der offiziellen Meinungsmache gegen Regierungskritiker. Oft wird Kritik an aktuellen politischen Vorhaben als Desinformation dargestellt. Legitime Einwände werden inzwischen oft als Delegitimierung diffamiert. Die Ergebnisse zeigen ein Unwissen darüber, dass z.B. Überprüfungen durch KI nicht immer den neutralen Charakter haben, wie es für manche Bürger vielleicht den Anschein hat. Wer den Algorithmus der KI kontrolliert und die Infos, mit denen sie gefüttert wird, kontrolliert dann indirekt die Wahrnehmung und die Klassifizierung von Medienbeiträgen. Noch ein Wort zu dieser Forderung, die 96% Zustimmung des Bürgerrates erhielt. Zitat Vermittlung von Medienkompetenz an Erwachsene Ziel Ziel dieser Empfehlung ist es, Medienkompetenz an so viele Erwachsene wie möglich zu vermitteln, um Desinformation vorzubeugen und sich im Alltag sicherer zu bewegen. Maßnahmen und Adressaten Im Folgenden sind die Maßnahmen nach verpflichtenden und freiwilligen Lehrangeboten unterteilt. Verpflichtend Ein Modul Medienkompetenz für alle Ausbildungsberufe sollte verpflichtend an den Berufsschulen eingeführt werden. Vorlesungen Medienkompetenz mit anschließender Prüfung sollten verpflichtend für alle Studiengänge im ersten Semester stattfinden. Elternabende sollten an Schulen das Thema Medienkompetenz in kleinen Etappen vermitteln, sodass dieses schon im jungen Alter spielerisch weitergegeben werden kann, während auch die Eltern dazulernen. Wer sollte prinzipiell etwas gegen Medienbildung auch für Eltern von Schulkindern und in den Lehrplänen einwenden? Leider ist aber zu befürchten, dass diese Art Medienbildung eher eine weitere Form der Meinungsmache sein könnte und sie zur Warnung vor sogenannter gefährlicher Regierungskritik missbraucht wird. Denn selbstverständlich müssten in dieser Bildung auch die aktuellen Tendenzen zu einer indirekten Zensur der Meinungsfreiheit durch das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, durch den Digital Service Act auf EU-Ebene oder durch die Verunklarung der Grenze zwischen legal und illegal in Form neuer Begriffe wie Delegitimierung des Staates thematisiert werden. Auch müsste berichtet werden über die Ungleichbehandlung zwischen öffentlich-rechtlichen bzw. privaten Mainstream-Medien einerseits und den Alternativmedien andererseits. Wenn es um Einmischungen in Wahlen geht, müsste in so einer Medienbildung der Blick auch in Richtung der USA und ihrer hierzulande in der sogenannten Meinungsbildung sehr aktiven Thinktanks gerichtet werden. Und wer Gruppen wie Korrektiv als sogenannte unabhängige Hüter über seriös und unseriös installieren möchte, sollte sich das nochmal sehr gut überlegen und sich die Finanzierung dieses sogenannten unabhängigen Recherchezentrums anschauen. Orwell'sche Sprachverdrehung Teilweise Zustimmung zum Papier des Rates gibt es von Seiten der Grünen, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz in einer Pressemitteilung erklärt, in der er auch eine ressortübergreifende Strategie gegen Desinformation ankündigt. Der Staat müsse, Zitat, Nutzerinnen und Nutzer, öffentliche Diskurse und demokratische Willensbildungsprozesse gerade im Kontext von Wahlen schützen. Regulierung bleibt das Gebot der Stunde, Zitat Ende. Hier ist sie wieder, die Orwell'sche Sprachverdrehung. Aus Maßnahmen zur Einschränkung von offiziell als Desinformation markierten Beiträgen wird bei von Notz ein Schutz der demokratischen Willensbildungsprozesse. Er übernimmt indirekt einen Teil der Vorschläge des Bürgerrates, Zitat. Notwendig ist ein ganzes Maßnahmenbündel von der effektiven Plattformregulierung durch gute Gesetzgebung, die Stärkung unabhängiger Aufsichtsstrukturen samt echter Sanktionsmöglichkeiten und einer verbesserten Rechtsdurchsetzung im Digitalen über Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und mehr altersunabhängige Medienkompetenzvermittlung, Zitat Ende. Bürgerräte als Pseudoparlamente? Sogenannte Bürgerräte als Ergänzung der realen Parlamente sind bei der Bundesregierung beliebt. Unter anderem auch beim Thema Corona-Aufarbeitung. So hat Kanzler Scholz Bürgerräte als Form für eine solche Aufarbeitung ins Spiel gebracht. Wie wir im verlinkten Artikel Scholz, Corona und die Bürgerräte Anekdoten statt Aufarbeitung beschrieben haben. Dass Gesundheitsminister Lauterbach aktuell diesen Vorschlag nicht falsch findet, war zu erwarten. Der auch von der nun mit Annalena Buix verstärkten Firma Bertelsmann vorangetriebene, hier beschriebene Vorgang ist bereits wegen des Prinzips Bürgerrat bedenklich. Diese Formate sind nicht demokratisch legitimiert. Werden hier Pseudoparlamente benutzt, um indirekt Stimmung gegen geltendes Recht, zum Beispiel die Meinungsfreiheit zu machen? Vielleicht sehen Leser aber auch positive Aspekte bei dem Prinzip Bürgerrat, die ich übersehen habe. Dann würde ich mich über Hinweise freuen. Meiner Meinung nach sind Bürgerräte in der bisher praktizierten Form entweder folgenlose Quatschbuden oder bedenkliche Parallelparlamente, in denen moderierte Situationen als Spiegel der Gesellschaft verkauft werden sollen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.